Prinz Harry könnte das gleiche Schicksal erleiden wie sein Großonkel, behauptete ein königlicher Autor. Laut einem königlichen Autor könnte die Fede zwischen Prinz Harry und seiner Familie ewig andauern, wenn uns die Geschichte etwas sagt. In einem exklusiven Interview mit Daily Express US sagte Tom Quinn, Autor von Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, dass Harrys missliche Lage eine, direkte Parallele, zu der seines Großonkels, König Edward VIII., aufweist. Edward verzichtete 1936 auf den Thron, um 1936 die Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Kurz darauf bestieg George VI., der Vater von Königin Elisabeth, den Thron. Edwards Absicht, Simpson zu heiraten, und ihr Status als Geschiedene führten zu einer Verfassungskrise, die zu seiner Abdankung führte. Trotz seines Rücktritts als König ging Edward davon aus, dass er eine herausragende Rolle innerhalb der Firma behalten würde, doch er täuschte sich gewaltig. Quinn erklärte, es führte zu einem solchen Bruch in den Beziehungen zwischen dem neuen König und der verstorbenen Königin Mutter, das die Kluft für den Rest ihres Lebens anhielt. Es verursachte diese schreckliche Kluft, weil sich beide Seiten betrogen fühlten. Edward wurde gerade klar, dass er nicht automatisch einen anderen Job bekommen würde, wenn er seine Rolle im Leben aufgab. Das war fast genauso wichtig. Er würde einfach abgeschnitten werden. Nachdem er 2020 als arbeitender Royale zurückgetreten war, um mit seiner amerikanischen Frau Meghan Markle ein Leben in Unabhängigkeit zu führen, wurde dem Herzog von Sussex nun die gleiche kalte Schulter gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017